liebe freunde auf dem kanal vom old gaming dead lp servus grüßt euch möchte mich heute hier von euch ja nicht verabschieden sondern nein ich möchte mich bei euch bedanken für eure treue für eure unterstützung und dass ihr immer so zahlreich bei mir auf dem kanal wart ich hoffe ihr werdet es weiterhin so halten würde mich natürlich freuen besser kann das neue jahr gar nicht angehen wenn man sich auf seine community verlassen kann und dann wünsche ich euch natürlich alles gute für das neue jahr einen guten rutsch dass ihr ja viel glück habt in der arbeit im leben viel gesundheit dass nichts nebeneinander läuft dass er nicht ins krankenhaus müssen so wie ich bin ja jetzt erst am 29 entlassen worden aus dem krankenhaus muss also noch ein bisschen kurz treten ja habe mich jetzt ein bild zusammengerissen hier das video für euch aufzunehmen und gleichzeitig ja möchte ich euch auf etwas aufmerksam machen und zwar sanken land da gibt es eine ankündigung und zwar die oder das update ist ist bereits ja so gut wie fertig es ist in einer testversion vorhanden und zwar auf dem discord test team da können die leute dieses update auf herz und nieren prüfen und gleichzeitig bietet natürlich der entwickler darum ja dass mir abstimmen für sanken land in der kategorie besser mit freunden da scheint sie also sehr gut bis jetzt abgeschnitten zu haben und dann schauen wir uns ganz einfach mal schnell schnell mal an was im januar für updates oder welches update im januar bei sunken land zu erwarten ist dezidierte server da gibt es dieses kostenlose tool was man runterladen kann und dann kann man sich einen dezidierten server einrichten verbesserte spielbalance durch eine neue balance der gesamtprogression flüssiger zu machen wir haben auch die technologie stufen und die benötigten materialien für den fortschritt klargestellt um unerwartete technologische sprünge zu vermeiden waffen montage wir haben ein neues system für die waffen montage eingeführt bei dem sie kaputte waffen recyceln müssen um komponenten wie läufemagazine kolben zu erhalten die sie dann zum zusammenbau neuer schusswaffen verwenden können bitte beachten sie dass dieses future noch experimentell ist und sich in zukunft weiterentwickeln wird also wird es noch nicht ganz hundertprozentig dem entsprechen wie wir es uns vielleicht vorstellen dass vielleicht nur die hälfte vorhanden ist von den möglichkeiten die ja durchführbar sind und dann schauen wir mal weiter auf jeden fall es gibt anscheinend wohl jetzt auch zielfernrohre es gibt ein lavabiom neue gegenstände wurden hinzugefügt ja dann was haben wir denn dann noch neue baustrukturen neue strukturen wie dächer dreieckige dreieckige wände hellen was allen wände entschuldigung diagonale wände und mehr ja dann haben wir eine möglichkeit hier unsere waffe abzulegen an der wand dann haben wir hier die verschiedenen baustrukturen also es wird immer besser aktualisierte missionen wir haben mehrere missionen hinzugefügt die sich hauptsächlich auf den kampf konzentrieren um die action am laufen zu erhalten ausgeglichene wirtschaft wir haben alle preise und stapelgrößen der gegenstände überprüft um eine faire und ausgeglichene spiel ökonomie zu gewährleisten anpassung der waffen und gegner erwarten erwarten sie änderungen beim waffenschaden gegnerschaden und gesundheit für ein entspanntes spielerlebnis im nächsten update werden wir uns auf die verbesserung des spätspieles konzentrieren danach werden wir das erkundungs erlebnis verbessern indem wir die unterwasser biome kontinuierlich verbessern mehr einzigartige orte zum erkunden einführen und zusätzliche missionen hinzufügen das ist dann das nächste update wo sie daran arbeiten werden also ihr seht schon einmal die lassen nicht locker die klatschen hier ganz schön rein jetzt tun wir einfach mal das video hier abspielen da wird natürlich jetzt nicht alles vorgestellt was in den update möglicherweise enthalten ist lassen wir uns einfach mal überraschen also es soll ja auch fischer netze geben vogelfang netze geben und so weiter also sie werden da endliche sachen implementiert haben die wir jetzt hier vielleicht gar nicht sehen so ja das soll es dann gewesen sein mehr kann ich euch momentan über update für sanken land nicht erzählen also leute rutscht gut rein ins neue jahr verstaucht euch nicht die knöchel brecht euch keine haxen lasst euch lieber hinfallen wenn ihr wirklich rutschen solltet ja spaß beiseite gell ja also dann macht es gut und dann sage ich mal und rio bis zum nächsten video tschüss bei bei adi video Ich cœur czt ihr alle det auch jetzt kommt es ja byte dann aber dann aber dann ist das war schon finder euch area rutscht gaming debt